Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Speedrunners mit dabei sind der Sven, der Jan, der Hase. Was hab ich denn Spaß? Der Spaß geht schon direkt los. Alter, da liegen... Was ist denn hier los? Willkommen zu einer Runde Screamrunners. Wann ist eigentlich Halloween? Ähm, 30. 31. rum so gedöhnt, irgendwie. Was haben wir? Später, äh, früher. Ne, sagt nicht. Danke für die Aussage, ey. Ja, irgendwas so 25. oder sowas haben wir. Keine Ahnung, was weiß ich, oder könnte auch der 27. sein, oder... Ne, 28. haben wir, aber sie ist grad unten rechts. Ja gut, das ist aber nur, weil jetzt schon Samstag ist. Ja. Ey! Wunderbar. Jawoll. Was ist das denn? Achso. Der Kürbis ist jetzt übrigens dieser, äh, Meteorik... Ach, dieser Steinbocken. Wollen wir beide? Ach, Mann. Ach. Aha. Du hast den Haken schön nach vorne gespürt. Ja. Ja, toll. Ihr Leuten auf den Turbo, ich nicht. Alter, den siehst du auch so super gut jetzt. Was hab ich denn jetzt da? An Totenkopf, das war die Rakete. Nein. Nee, ey du. Futz. Oh, oh. Nee. Alter, das sind ja... Oh, verdammt. Nein, 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 Sven, lauf. Nee, nee, du bleibst hier. Oh, wow. Oh, wow, meine eigene Kiste. Jawoll. Ich seh nicht, wo ich hinlaufe. Aua. Aua. Voll drüber gesprochen. Fick dich. Aua. Ah. Die scheißdinger sieht man aus. Ah, Mann, hier sieht man echt nicht... Ich... Huuuuh. Na. Nein. Toll. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich sein soll. Ich weiß nicht, wem ich jetzt wenige gönne. All die Fotze! Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt heute keinen mehr hier bei mir. Nein! Geh weg! Da redet doch jemand im Hintergrund. Oh. Scheiße! Das ist doch so ein Witz. Ich bin mir da in der Stelle nur ein bisschen zu hoch. Ich weiß, wen ich es auf jeden Fall nicht gönne. Mir? Nee. Dieses kleine, eklige, grüne Männchen. Der immer heimlich übt und es aber nie zugibt. Ach so, wie das Rinn. Ja, ja. Schön, wer ist? Du hast halt damit aufgehört, weil du dachtest, wir spielen das nicht mehr. Aber eigentlich hast du vorher auch immer geübt. Schön. Schön, Jan. Nicht so schön, Jan. Nee. Ich musste das hier wieder relativieren. Das war zu gut. Lenk mich doch. Ah, verdammt. Ja, du bist bisher sehr ausgeglichen. Ja, nur, dass ich keinen Punkt habe. Aua. Fangern! Nein! Ja, klar. Weißt du, wenn ich unten rausfliege, dann gibt's... Können wir, dann kommt sie. Aua. 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 Na, 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 ah? Entschuldigung aup разгoniert! Aua. 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 ja lauf doch beschissen wenn hagen noch einen punkt macht gewinnt ja es setzt mich jetzt kaum unter druck roman kein ding das hast du für alle alle spaß alter krass ich habe gerade einen rekord gebrochen egal also was ne ne persönlich ja alles klar ich habe gerade die battlefield ohne mit 200.000 punkten abgeschlossen was? bitte ne blöke aber das ist doch bullshit ey Sven ach nicht Sven was habe ich gemacht? ne Hagen du bist so eine fiese fotze das ist echt das geht auf keine keine kuhhaut ey ja genau das geschieht direkt du stirbst nicht fuck fuck das war doch gut er wird euch nach vorne ja genau sag es doch ne krämig bleiben jaja so ein fickfoss ey wenn das jetzt nochmal so läuft ne dann ähm ja passt verdammt ja ist klar was ist das denn für eine scheiße war ein Teenie-Tuch für drei Tage die Lache war gut ja du darfst direkt weiterlaufen das ist doch Bullshit das sah nur so aus bei dir oh verdammt 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 schön Jan ne Jan gönne ichs euch beiden ihr seid so hinterfotzige kleine siehste Jan und ich lauf ja genau genau zui oh scheiße oh fuck und er bückt die frotze sich bist du ein kack Bückstück das gibt's doch nicht jedes mal bückt er sich unter diesem kack haken her wieso hab ich eigentlich nicht geschossen nein nicht Mikro aua 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 ja genau im Flug ah ja genau wie Assi Alter aaaaaa schön nein dumm aber egal das hat mir gefallen nein du Schwanz ey das ist doch du bist so ein Schritt hinterher und an so ein Stellen ey ja du hast so ein Schwein das sie gerade da verkackt haben mhm naja ja also Jan was spielen wir nachher zu zweit hm ähm Sonic oh wow na jetzt wirds langsam unangenehm ich glaube ich direkt in diese scheiße ja da fügt sich alter ey scheiße hohoho lein lein nicht so hoch oh nein oh moam Aaaaaaaaaaaaaaah! Argen, du... Hagen, willst du nicht mitspielen? Wir wollen doch extra jetzt für dich dieses Spiel aussuchen. Niemals wieder! Hagen, es ist einfach mal tabu. Ach, die Map ist das. Achso, wie ist das? Ach, Idiot! Eieieiei! Hä? Ah, Alter! Mich... Ja genau! Was war das denn? Das tut doch lächerlich, das tut doch an, Alter! Ja genau! Was?! Ey, ich mach gleich aus, Alter! Ich hab wirklich keinen Bock mehr, ey! Kam da eben noch die Kugel von der letzten... Ja! Das ist ein Multikill! Ach komm, am Arsch! Ja, da kommt man halt nicht richtig durch! Ich komm da irgendwie nie durch! Oh wow! Was willst du denn da machen?! Ach, Idiot! Das ist der Gewinn! Ja, du springst einfach runter und direkt bin ich weg! Ja! Verdammt! Verdammt! Ah, verdammt! Naja! Naja! Welch irritiert dieses Scheiß Spinnennetz da drüben? Nein! Nein! Ah, kriegt dann noch ne Kugel, hä! Oh man! Oh man! Dürfen, das ist der Angriff! Oh man! 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 Und das ist mein Kugel! zu früh gezündet roman deshalb auch gleich immer wieder dabei nein nein ich will springen aber da was sonst springen ja genau nein okay hagen ist raus wir eigentlich denken könnte ich hätte mir denken können nein sehr gut zu sehen immer für diejenigen mit den wenigsten nein warum spring ich denn da du hast du mit deiner scheiße ich bin immer diese kack druckwelle das wenn ich hasse dich du bist fast so eine kleine miese missgestalt wie der sparen ja genau nur jan der ist cool manchmal schön schön doch kacke das ist nicht wahr dass ich da jetzt den sprung verkackt habe ach man an der kante festgehalten nein haa man nein ja die scheiße gewichser blöder fisch ha 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 blöder fisch das war auf mehr und eben nein aber diese scheiß stelle ja komm ja ich denke das reicht auch für heute auf den arsch ja super spiel ja ich hatte spaß hat wieder richtig spaß gemacht danke hagen danke dass du echt vielen Dank immer wieder gerne ja ciao Ich kriege ihn nicht. Ich kriege ihn nicht.